Nächsten Punkt. Ich sage euch noch einmal Prominenz ohne Ende. Zwei große Persönlichkeiten, bekannt geworden durch ihre schneeweißen, riesengroßen Raubkatzen. Da vorne stehen sie, Herr Köppelmeister, einen Einmarsch für Siegfried und Roy! Zwei große Persönlichkeiten, die Siegfried und Roy! Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the show! Hello, Siegfried! Hello, Roy! Hello, weißer Tiger! Unser kleiner, weißer Tiger Olaf ist der perfekte Tierstimmenimitator. Hier vielleicht eine kleine Kostprobe seines Könnens. Nooo! Das war schon sehr schön, oder vielleicht noch etwas? Good evening! Ja, wie Sie sehen, er ist sehr vielfältig. Aber nun zusammen, wir freuen uns ganz besonders, euch heute Abend hier live im MGM Grand Hotel in Las Vegas begrüßen zu können. Voller Stolz präsentieren wir heute den Endausscheid unserer diesjährigen Wahl zum Miss Zellulitis 1996. Und voll Freude erfüllt sind wir natürlich, euch hier im Finale drei wirklich schnuckelige Sachsenmädels präsentieren zu können. Es sind absolute Überfrauen, anbetungswürdige Geschöpfe, makellose Körper, faszinierende Schönheiten, einfach geile Pfeiber. Und hier kommt der Nummer 1 aus Reschenberg-Biedenmühle, näher der tschechischen Vorder, die schwarze Stute aus dem Osterzgebirge. Hier ist Pony Petra! Pony Petra! Ja, und mit unserer schnuckeligen kleinen Petra machen wir heute den ultimativen Hausfrauentest. Bitte mal, das erste Anschauungsmodell. Da ist es. Petra, was, äh, darf ich Pony sagen? Gut, Pony, Pony, was haben wir hier für ein Haushaltsgerät? Äh, einen Vibrator. Nein, 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 Petra, wir meinen mehr, an was erinnert es dich? Äh, einen Vibrator. Nein, 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 nein. Also, nochmal, wie sieht es denn aus? Wie ein, na? Ah, Vibrator! Hm, nun, ich sehe schon vergebene Liebesmüh. Hier müssen wir sichern das Pony von hinten aufzäumen. Petra, wir zeigen dir jetzt das nächste Anschauungsmodell. Was, denkst du, ist das? Ein Stammzauber, was wollte ich für Kinder mal haben? Oh Gott, Petra. Ich glaube, wir nehmen lieber Platz. Bitte mal, die Hamburg-Empferat. Die Wertung, die Wertung, ja, eine 1,8 und eine sehr gute Note. Aber wollen wir sehen, was bieten die anderen? Ja, und die anderen, das sind zum Beispiel aus dem Veteranenklub Brautus Ost in Ölchenitz im Erzgebirge Die amtierende Miss Volkssolidarität. Hier kommt Pamela Traudel-Lehmann. Komm mal, komm, komm, komm. In diesem Zusammenhang begrüßen wir einen besonderen Fan von unserer ehrenwertenden Pamela Traudel. Und zwar den ältesten Teilnehmer der heutigen Veranstaltung. Er hat jetzt hier recht bei uns im Saal. Er ist 91 Jahre alt. Wir begrüßen recht herzlich unseren Erich. Ja, super. Geister! Wir begrüßen! Wir begrüßen! Wir begrüßen! Ich glaube, er hat ein Alter, was keiner unserer Eimeratzmitglieder hier erreichen wird. So, und Pamela Traude, ist sie noch da? Pamela Traude, ist eine Hochschule, ja. Sie hat für uns heute eine sportliche Nummer einstudiert. In Anlehnung an ihrem Veteranen-Club nennt sie es Gätten auf Rädern. Da kommt das Gätten, da sind die Räder und hier ist Pamela Traude-Lehmann. Einen Applaus für Pamela Traude. 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 Und nun deine Wertung, 8,1, eine fantastische Wertung, Pimmelertraune. Aber nun, geschätztes Publikum, auf zur Krönung des heutigen Abends. Gestern noch im Kuhstein und heute auf unserer Showbühne, die siebenmalige Miss Agrargenossenschaft. Hier kommt Gertrud Fummelfroh, in Kellerkreis aufgenommen, die Rüde Gertrude. Ja, Sie sehen schon, liebe Publikum. Der B.A. hebt mit geballter Kraft die stark gesunkenen Milchwirtschaft. Ja, wir stellen dich vor. Als ganz Besonderes hat sie vor zwei breite Gummischnappen, zwei enorm tiefergelegte Airbags. Hinten einen aerodynamischen Eck-Spoiler. Links und rechts alles wunderschön in Aluminium gehalten. Und vorne einen wunderschönen, großen Spritznappen. Eben ein echt limitiertes Sondermodell. Aber was wäre sie ohne all diese Extras? Und hier ist die Antwort auf all eure Fragen. Das war die Gummisch. Und hier ist die Antwort auf alle Wunderschönen, die sie in Aluminium gehalten. Und hier ist die Antwort auf alle Wunderschönen, die sie in Aluminium gehalten. Und hier ist die Antwort auf alle Wunderschönen, die sie in Aluminium gehalten. Und hier ist die Antwort auf alle Wunderschönen, die sie in Aluminium gehalten. Und hier ist die Antwort auf alle Wunderschönen, die sie in Aluminium gehalten. und hier ist die Antwort auf alle Wunderschönen, die sie in Aluminium gehalten. Super. Ja, spitze. Du bist einfach super. Mein Mikrofon ist kaputt. Vielleicht gibt das jemand auf die Reihe, aber... Aber eine Wahnsinns-Frau, was die so zu bieten hat. Und hier ist der Beweis Strippen macht Schlangen. Applaus Applaus